Hier im hinteren Bereich bin ich ja immer noch damit beschäftigt, einen kleinen Ball aufzuwerfen. Zu diesem Zwecke möchte ich heute noch etwas Pappe nachschieben. Nicht Pappe, sondern Kork. Das Stück gefällt mir schon ganz gut. Ich habe das Pappe, das Pappe, das Pappe ich bin Ihnen. Hier im Be视频. Es gibt das Pappe. Beide ich einen Schlag. Ich mache wieder Gewicht auf, wenn es vernünftig antrocknet. Jetzt möchte ich mich ein bisschen um die Befahrbarkeit der Anlage kümmern. Jetzt möchte ich mich ein bisschen um die Befahrbarkeit der Anlage kümmern. Und da geht es mir vor allen Dingen darum, den Dreck von den Schienenkronen runter zu kriegen, von den Schienenköpfen. Und da geht es mir vor allen Dingen um die Befahrbarkeit der Anlage kümmern. Und da geht es mir vor allen Dingen um die Befahrbarkeit der Anlage kümmern. Und das ist insbesondere hier im Bereich der Weichenzungen ein ziemlich delikates Thema. Zumal wenn der Dreck so heftig klebt, wie er hier klebt. Das ist nun eine vollständige Verknasterung, würde ich mal sagen. Das ist nun eine gute Befahrbarkeit der Anlage kümmern. Und da geht es mir vor allen Dingen um die Befahrbarkeit der Anlage in die Befahrbarkeit der Anlage in das Befahrbarkeit. Okay. Also nach vollständigen Verknosterung hilft es ja, den gröbsten Dreck erstmal mit Metall abzuschrauben.